Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das Fischenhaushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das Fischenkochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann. Was für den Abwasch ganz genau so wild, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heut darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau. Ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau. Das Fischenwäsche ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Und auch das Hügeln schafft man ganz bequem, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heut da gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau. Ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau. Das Fischengarten, oh wie wohl das tut, sagt mein Mann. Das Rasenschneiden ist für den Kreislauf gut, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heut, das nicht begreifen kann, ist unverständlich, sagt mein Mann. Er muss zur Firma gehen, tag ein Tag aus, sagt mein Mann. Die Frau gemahlen, um sich auszupraus, sagt mein Mann. Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann. Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann. Ja, meine Damen und Herren, die Hotdog-Show hat man mir gerade gesagt, Trickdog.